Hey Leute, Lack hier vom Stone-Lock-Fantasy-Football-Podcast. Ja, die Off-Season neigt sich wirklich schon langsam dem Ende zu und wir beginnen jetzt dann wirklich ganz, ganz stark unsere Fantasy-Vorschau auf das Jahr 2021. Welche Trends zeichnen sich ab? Vor allem stecken wir ja derzeit in Dynasty-Startup-Drafts und da wollten wir wissen, ob einige Trends, die wir dort gesehen haben, ob wir da was daraus lernen können und ob sich diese Trends dann eben fortsetzen in den Redraft-Ligen 2021. Sind zum Beispiel Rookies overhyped, ja oder nein? Diesen Fragen gehen wir nach. Außerdem, wie immer, sprechen wir über die aktuellen NFL-News und auch wie immer, bitten wir euch um euren Support. Es geht ganz einfach, einfach nur, wenn ihr dieses Video auf YouTube setzt, den Kanal abonnieren, wo auch immer ihr den Podcast hört, dort auch ein Abo dort lassen oder auch eine Review schreiben, darüber freuen wir uns. Und auch ganz einfach, folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen, freut uns und dann verpasst ihr auch nichts. Und jetzt geht's los, let's go. Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Red Zone. Before we get to every touchdown from every game, it's time for the Stoned Luck Fantasy Football Podcast, which means one hour of fantasy football podcasting start now. Hallo und herzlich willkommen zum Stoned Luck Fantasy Football Podcast Part 247. Luck, was geht? Ja, Arsch, 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 Arsch. Alles funktioniert, alles funktioniert nicht. Mal schauen, keine Ahnung, ich bin mittendrin beim Aufbau, auf dem Ausschalteknopf auf einer Tastatur ankommen. Warum gibt's auf einer Tastatur einen Ausschalteknopf? War wahrscheinlich als Erleichterung gedacht. Für mich nur eine Erschwernis. Aber sonst, alles fantastisch, Stony. Montag ist Stoned Luck Time, wie du immer sagst. Aber den Spruch lasse ich dir jetzt. Stony, bitte. Ihr wisst, wie's geht. Hey, alles hinter euch lassen, was heute war. Wochenstart, crazy wie immer, Ding, Hocken, Chaos, Stress, alles passé. Jetzt, Stoned Luck Time, Füße ausstrecken, Hohauf machen, Bier, Wein, Wasser, egal. Holst euch was zum Trinken, jetzt wird's gemütlich. So ist es. Herzlich willkommen auch an alle Leute, die wieder live dabei sind. Auf Twitch, auf Facebook und auf YouTube. Danke auch an die Jungs von Upside, die hier geradet haben. Für alle, die nicht die Streamer-Sprache kennen, ich kenne sie auch nicht. Raiden heißt anscheinend, Leute wohin schicken. Oder, Stony? So ist es. Und Raiders, the autumn wind is a pirate. The autumn wind is a pirate. Aber auch du, sehr geehrter Podcast-Hörer und YouTube-Real-Life-Seher, seist herzlich begrüßt zu der heutigen Sendung. Stony, wir sind ein bisschen in dieser, wie ich immer sage, sportlosen Phase. Alle liegen vorbei, das Champions-League-Finale. Wie hat's dir gefallen, Stony? CFC, du weißt das. CMC? Blue is the color, football is the game. We are all together and winning is the aim. Ich bin, ich hab's gesehen, aber es war wieder, ich weiß nicht, es ist irgendwie, wenn da zwei englische Teams stehen, nicht so, ja, nicht so gut zum Einschauen, meiner Meinung nach. Ja, jetzt eben ist, oder? Nein, 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 ich bin, ey, du weißt das, Lack. Und das ist ja auch wieder, jetzt gibt's wieder 100 Chelsea-Fans mehr. Ja, ist so, macht mir aber nichts. Aber du weißt das, ich bin ja, ich bin ein alter Chelsea-Fan, wir haben ja damals schon Frankfurt, Frankfurt-Chelsea in den Papen. Ah, das war irre, das war irre, muss man auch sagen. Aber, man muss ja auch das sagen, wie oft, oder City, dieses Jahr waren sie ja wirklich, ich muss, ganz neutral, waren richtig stark. Was muss noch passieren, dass Manchester City die Champions League win? Kann nicht gehen. Kann nicht mehr gehen. Kann nicht mehr gehen, aber das ist auch okay. Das ist für uns... Kann nicht mehr gehen. Kann nicht mehr gehen. Sehr sympathisch für uns alle Male, aber ansonsten war nicht viel los. Basketball-Playoffs jetzt ein bisschen EM, beginnt ein bisschen EM-Fieber so langsam. Sonny, spürst du das schon? Ist ein bisschen was in dir drinnen? Die Fußball-EM, spürst du das schon? Oder ist einfach, weil jetzt so lange war, seit dem letzten Event, seit dem letzten Groß-Event, schon ein bisschen mehr irgendwie? Nein, das ist ja immer, wenn es dann anfängt, bist du ja doch immer ein bisschen mit dabei. Aber ich bin eigentlich schon, Hand on Herd lag, ich bin gespannt, wie wir es wieder verscheißen. Wir kommen wieder daher mit, yeah, eines der besten Teams, wir sind wieder so richtig, das wird wieder ein X zum Auftakt, dann eine ganz wilde Niederlage, mit der keiner gerechnet hat und dann bist du ja schon mit dem Rücken zur Wand und der muss gegen den sieben Goal machen, dann können wir mit einem X, aber nur wenn die Sonne so steht. Immer, immer dasselbe, immer dasselbe. Deswegen auch gut, dass diesmal Österreich sehr, sehr einfache Gegner hat. Dafür werden wir jetzt noch mehr als genug Zeit haben. Eines habe ich wieder am Wochenende gemacht. Stoni, das ist ja auch, ich merke schon so ein bisschen und put it on the poll, bist du schon traurig, dass der Lockdown vorbei ist? Bei mir definitiv so, ich bin wirklich ein bisschen traurig. Der gesellschaftliche Druck ist wieder immens. Es ist wieder, WhatsApp-Nachrichten sind nicht mehr wie eine, wirklich so wie WhatsApp-Nachrichten sein sollten. Ein komplett oberflächliches Gerede von Hallo, wie geht's etc. und sich gegenseitig ein bisschen befriedigen oder den sozialen Druck befriedigen, vielleicht so zu sagen. Sondern es wird wieder was ausgemacht. Bist du dort, bist du da, was machst du heute Abend? Wirklich für mich sehr, sehr schlimm. Das ist ein Druck, mit dem ich nicht so umgehen kann. Put that on the poll. Ist der gesellschaftliche Druck wieder untragbar? Und apropos Druckstoni, ich war in Wien im Kaffeekunsthal, heißt das. Das ist ein bisschen seltsam. Künstlerisch? Nein. Wie war das am Ende? Das ist das Heuer. Nein, das ist so, weiß ich so, irgendwie jung ÖVP-Politiker, alle ein bisschen zu viel Geld. Und ich habe da nicht wirklich viel gut reingepasst. Wir haben uns auch deswegen, weil ich auch wahrscheinlich Baseballcap angehabt habe und sonst was, einen Platz drinnen bekommen. Da waren wir fast ganz alleine. Verstehe ich auch natürlich. Du willst nicht unbedingt, dass der Lager im Garten sitzt. Und das Erste ist, was sozusagen ein Jungpolitiker sieht. Aber eines habe ich dann bemerkt. Und zwar eines, was ich am Lokal überhaupt komplett vergessen habe. Oder was ich nie gedacht habe, Stolz. Und dass ich überhaupt nicht froh bin, dass ich wieder da bin. Pissoir. Es war ein Wahnsinn. Es war ein Wahnsinn. Ich bin seit sechs Monaten nicht mehr neben einem Typen gestanden und auf einmal, ich schwöre wirklich so nicht, ich war auf die Vor- Ich habe nicht mal dran gedacht. Ich habe nicht mal dran gedacht, auf einmal gehe ich schon hin, urviele Leute und wie immer. Aber um was geht es? Um was geht es? Was ist es? Die vielen Leute oder das knapp nebeneinander? Wie immer dieses, also wie immer, reinkommen. Welches ist das Beste? Wieso ist das frei? Das hat einen Grund, warum das frei ist. Da gehst du nicht hin, weil es ist zu knapp. Dann steht sich, wie stehst du dich hin? In welchem Winkel stehst du dich ganz hin? Packst du dich ganz aus? Scheiß drauf. Es ist wirklich, also... Hast du anstehen müssen? Ja, ich habe anstehen müssen, aber es war nicht ganz klar, wie. Weil es waren sechs Pissoirs, glaube ich, waren. Und du hast sozusagen, aber es war immer eines in der Mitte frei. Das heißt sozusagen, es war so ein non-verbales Agreement zwischen den Boys. Dass man das nicht nimmt. Genau. Put it on the pole. Gibt es bei sechs Pissoirs ein non-verbal Agreement, dass zwei, dass die Mittleren frei bleiben. Und das war auch wirklich sehr eng. Und das Ding ist ja auch, ich bin zwei Meter groß, Toni. Das heißt, ich muss damit sozusagen... Vielleicht einmal eine kleine Erklärung für Leute, die nicht wissen, wie das ist. Auch für die Damen vielleicht. Durch das, dass ich zwei Meter groß bin, ist ja das Pissoir immer in einer sehr niedrigen Position für mich. Und das heißt, ich muss auch ein bisschen runtergehen in die Knie oder breitbeiniger dastehen, damit sozusagen durch den Druck nicht wieder zu viel zurückkommt, wenn ich das jetzt so sagen kann. Das heißt, es ist natürlich auch mit extremen Anstrengungen verbunden. Es war eine unfassbar unangenehme Situation. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das Pissoir nicht vermisst. Öffentliche Toiletten, boah. Aber wie ist es überhaupt? Gehst du, wenn es frei wird, stell dir vor, das wird frei, was du nicht willst. Nein, da lasse ich ihn vor. Wirklich. Bist vorher, bist vorher. Nein, da tue ich nur so, weil es dir scheue ich kurz aufs Handy. Ich habe verschlafen, ich habe meinen Einsatz verschlafen. Es ist wirklich, also ich sage ehrlich, es war nicht einfach, es war etwas, was ich niemals, niemals wollte. Und deswegen, ehrlich gesagt, will ich es nicht noch einmal erleben. Grundsätzlich auch diese ganze Restaurantsituation, man hat sich auch gemerkt, dass man sich alles an Geld gespart hat, wenn man nicht einfach einmal am Freitagabend auf ein paar Cocktails geht. Ein paar Cocktails in dem Ambiente waren 70 Euro für irgendwelche Mojitos. Katastrophe. Katastrophe. Pudit on the Pool, ein paar Cocktails bei Luck, eigentlich ein volles Huf. Ja, ich habe nicht die Cocktails trunken, also es war, ja. Was hast du denn trunken? Ich habe natürlich Bier trunken, das ist ja klar, wie immer. Hier kommen auch schon einige sehr gute Vorschläge. Luck geht auch aufs Töpfchen. Verdi, natürlich war das mein Gedanke, aber auch da hat es eine Schlange gegeben, weil da war nur eines, das Töpfchen. Also das ist von dem her dann auch immer wieder blöd. Außerdem muss man sagen, Töpfchen ist dann schon noch einmal ein Stück grauslicher. Ist halt dann schon noch einmal schlimmer. Ist halt schon noch einmal schlimmer. Ja, überhaupt, wenn du ein brav erzogener Sitzwinkler bist, brauche ich nicht immer unbedingt. Bin ich genauso, bin ich genauso. Ich sage, also das ist genauso und die Verdi, man muss ja auch sagen, die männliche öffentlichen Toiletten oder die Männer, das Männerabteil der öffentlichen Toiletten, wenn man das so sagt, keine Ahnung, ist eine richtig grausliche Geschichte. Also da würde ich lieber nicht hingehen. Ja, aber an und für sich sonst alles perfekt. Stoni, hast du noch ein Highlight vom Wochenende, das du teilen willst mit der Stolagami? Nicht wirklich. Ich sage zwar 100.000 Mal am Wochenende immer, put it on the pole, put it on the pole, das, put it on the pole, das. Was? Aber ich merke es mir dann nie. Ich weiß noch, wie ich dich immer ausgelacht habe, bis du immer gleiches Handy rauskostest und das aufkriegst. Keine Ahnung. Nein, nicht wirklich. Ich warte die ganze Zeit, dass ich on the clock bin in unserer ganzen Dynasty, Fantasy-Drafts und so weiter. Damit sind wir eh schon wieder fast beim Thema. Was erwartet mich heute? Wir reden über NFL News jetzt gleich. Wir reden dann auch noch über eben Fantasy-Trends. Das bedeutet, wir haben die Dynasty-Ligen oder die Drafts uns ein bisschen angeschaut, haben uns natürlich auch ausgetauscht und da einige Trends bemerkt. Das war ja auch mein erster Dynasty-Startup-Draft. Und da frage ich mich, ob das vielleicht Dinge sind, die wir auch diesen Sommer dann sehen werden, wenn die Redrafts-Ligen losgehen. Stoni, eines müssen wir noch, bevor es losgeht, allerdings ankündigen. Und zwar wollen wir heute schon ankündigen, dass wir im Sommer gerade etwas ganz, ganz Großes für den Sommer planen. Wir planen so viel. Nein, glaube ich nicht. Das, glaube ich, wäre zu früh. Das wäre zu früh. Aber ihr wisst das. Wir sind Inspiration für so viele Vorreiter, Trendsetter und so weiter. Wir haben so wilde Dinge am Start. Lasst euch überraschen. Es wird crazy. Es wird richtig, richtig wild. Im August würde ich mir auf jeden Fall ein bisschen planen. Die letzten zwei August-Wochen würde ich nicht auf Urlaub fahren. An eurer Stelle. Oder nein, aber warum, Lack? Weißt du, so genießen kann man, gerade das kann man ja auch im Urlaub gut genießen. Also, das wäre, hey. Also, aber was wirklich ist, das nicht vergessen. 10.06. und ich glaube, das ist ja dann schon nächste Woche am Donnerstag. Ja. Haben wir zusammen mit dem Pat Lenter24 vom Topper Store den Stream, wo es eben auch um unser gespendetes Kurt Schilling Trikot geht und ein Quiz und so weiter und so fort. Schaut vorbei, wird super, super geil wie immer. Genau. Und im Anschluss an den heutigen Stream werden wir uns noch alle zwölf Drafts anschauen. Wir werden noch ein bisschen länger online bleiben und uns anschauen. Und wir werden auch wahrscheinlich Live-Picks von Stoni und von mir sehen. In diesem Sinne, let's talk about Football. Let's talk Football. Jawohl, Stoni. Und zwar Football, 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 News, News, News. Im Chat wird gerade diskutiert darüber, wann ich denn meinen ersten Kicker hole und wann ich endlich meinen Quarterback hole. Es ist Runde 17 noch ohne Quarterback. Man möchte meinen, ein neuer Lack. Ein neuer Lack. Aber Stoni, aber wo neu, auch bei Deck Prescott gibt es was Neues, nämlich Deck Prescott ist wieder beim Training dabei. Wir sind gerade in den Arbeiten an unserem Fantasy-Guide. Der wird dieses Jahr auch wieder rauskommen. Anfang Juli unbedingt dranbleiben. Ein richtig wunderbar schönes Dokument, an dem wir gerade arbeiten, wo wir richtig viel Mühe reinstecken. Vorgepackt mit Informationen und natürlich, wie immer, Stonis Listen. Die werden auch wieder dieses Jahr da sein. Stoni, du hast aber auch eine neue Liste. Vielleicht möchtest du die kurz antesen, bevor wir über Deck Prescott sprechen. Ich möchte wirklich nicht so viel verraten, aber wir haben vier große... Na wirklich, es bringt nichts, weil zur Zeit, ich fühle mich ein bisschen beobachtet. Ich fühle mich ein bisschen beobachtet von links und rechts und so weiter. Egal, es sind vier große Dinge. Ihr wisst das, Trustlisten, alt bewährt. Dann haben wir Players to Watch, Strength of Schedule. Was aber auch gleichzeitig wie ein kompletter Umfang bzw. Umblick um alle Fantasy-relevanten Spieler ist. Und dann natürlich ein Rookie-Scan. Ja, das sagt eh schon, dass die Rookies werden gescannt. Aber Luck, wir haben heute... Das war alles viel zu lässig und viel zu ding. Jetzt ist Football-Time. Let's go, Chat! Let's go! Fühlt jetzt einmal an, den Chat mit den ganzen Emojis. Für was Hammer ist. Let's go! Und das nächste? Ja. Weil ich glaube, drei, vier Mal ist es gekommen. Und dann machen wir es so. Ich kannte den Pol, leider Gottes, gibt es da nur fünf Abstimmungen oder so irgendwas. Deshalb geht es nicht, dass man fragt, welche von unseren zwölf Ligen da sind. Aber haut jetzt danach rein in den Chat. Einfach die Zahl von eurer Liga. Schauen wir, wer hat den größten Mock da? Let's go! Let's go! Da schauen wir uns ins denn an. Die Tino-Mann ist übrigens sehr, sehr traurig, dass wir nicht weiter über Pisse reden. Das ist ein Zitat aus dem Chat. Wie gesagt, wie jedes Mal, ich sage es immer wieder sehr gerne, das ist besser als die Show, also die bessere Show in der Show. Aber Stoni, bei Tech Prescott habe ich einfach nur ein bisschen Angst gehabt, weil ich nicht sicher war. Wie fit würde es sein? War ja doch eine ziemlich schlimme Verletzung. Hat er ein bisschen an Robo-Lag Alex Smith erinnert. Müssen wir Angst haben, dass Tech Prescott auch Kastroll tankt in Zukunft oder glaubst du, da bleibt alles weiter biologisch und frisch? Ich glaube, es bleibt sein eigener Fuß. Also es ist keine Stahl-Kombi, es ist glaube ich noch Knochen und Fleisch und Muskeln. Aber ja, du hast recht und das ist ja auch immer so lustig. Return to Practice. Was heißt das? Er ist dort gesprintet, glaube ich eher nicht. Hat er viel geworfen, vielleicht ein paar lustige Bälle. Aber ich glaube fast eher, da geht es eher um so Lockermachen, Dehnen, ein bisschen bewegen, mit die Leute, stretchen und so ein Blödsinn. Ja, Return to Practice kann so viel sein, wo wir sagen, das ist ein Practice, come on. Also ich meine, das war ja kein Tryout. Ja, bei den Daniel Dragons. Ich habe irgendwie keine Angst, ich glaube, das kommt sehr, sehr früh. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, währenddem übrigens Rob Sandsappt alles. Danke vielmals. Ich habe überhaupt keine Angst. Er hat gesagt, ich war sehr überrascht, dass Prescott so früh schon fit ist. Ich dachte, dass das bei weitem schlimmer ist. Ist auf jeden Fall motivierend und reiht sich nur ein in eine große Masse an. Fantasy Quarterbacks, die richtig, richtig fein dieses Jahr, sagen wir mal, dastehen, auf dem Buffet liegen. Gefällt mir sehr gut und ich freue mich auch extrem für die ganze Offense der Dallas Cowboys, weil das kann richtig, richtig fein werden, glaube ich. Hat man auch letztes Jahr wirklich gemerkt. Natürlich war der Sieg auch nicht so performant, aber das war, wie der Geist, wie der Glaube war irgendwie weg und dann war es auch irgendwie nicht mehr dasselbe. Also das merkt man sofort. Und er ist einfach ein Typ. Ich weiß, wir haben lange diskutiert und Ding und ist er das Geld wert oder nicht, aber er ist trotzdem, wir sagen es immer wieder, er ist ein Performer, er ist der in dem Moment, auf den du dich dann verlasst. Und das merkst du wahrscheinlich im Lockerroom. Er wird ein leibernder Typ sein. Und wenn so einer dann ausfällt, da ist halt gleich so, Alter, ist die Luft draußen. Hundertprozentig, wobei man auch sagen muss, wie viel wir von der 2020 oder von den ersten fünf Wochen 2020 von den Cowboys sehen werden, würde man sehen, war ja dann doch ein bisschen extremer unter Anführungszeichen. Prescott hat ja beweist, dem die meisten, wie soll ich sagen, die Passing-Attempts, weil sie ja sozusagen die ganze Zeit hinten waren, da würde man sehen, wie das ist. Danke vielmals auch für den Support jetzt die ganze Zeit, Jan, Baschutti und so weiter. Thank you very much. Viel Spaß. Baschutti, Pantorica, alle Ding, Vollgas, volle Kanne und Baschutti verschenkt, glaube ich, Abos noch und nöcher. Ja, ein Traum. Und an dieser Stelle, apropos verschenkt, der Running-Back-Spot bei den 49ers, ein absoluter Traum. Ich glaube, wir werden da wöchentlich News bekommen bis Anfang September, bis wir dann auch noch immer keine Ahnung haben, wer da wirklich spielt, Stoney. Jetzt kommt raus, über The Athletic kommt raus, Wayne Gorman ist sozusagen der Zweier-Running-Back hinter Raheem Mostert, Jeff Wilson ist out, Sermon ist dritter, Elijah Mitchell ist vierter, wirklich jetzt, Tony, ohne jetzt zu viel noch auf die anderen kommen, da werden wir noch darüber sprechen, aber bringt es da eigentlich für Redraft, irgendwie dort reinzugreifen in dieses Backfield? Oder ist es einfach wirklich wieder, bitte lasst es einfach sein, auch wenn man immer irgendwie da hinspielt und sich denkt, ich habe ihn, ich habe den einen. Wie letztes Jahr, aber muss man ja auch ganz ehrlich sagen, irgendeiner holt dann in Runde 14 McKinnon und freut sich die zwei Spiele, wo du ihn aufstellen kannst. Aber ich sage trotzdem, früh oder viel investieren solltest du halt nicht. Zum richtigen Preis bin ich dabei. Und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ich wünsche niemand eine Verletzung, aber da bringt so eine Verletzung von Jeff Wilson natürlich ein bisschen mehr Klarheit. Ist halt so, fehlt einer von 17, sind es nur noch 16. Und dass er immer alle nützt, dass er für jeden irgendwie was findet, wo er den einsetzt oder den, das ist dieses Shanahan, McWay, Kingsbury, Murray Ding. Das machen die und die wollen genau sowas. Waffen, Waffen, Waffen. So ist es. Aber noch einmal, wir reden jede Woche über die Aussagen und dann du musst immer so abwiegen, ob das ernst gemeint ist, Coaches speak oder was weiß der Kuckuck. Aber was soll der jetzt anderes sagen? Außer Wayne Gelman ist jetzt zum Zeitpunkt jetzt der Zweier. Ist er ja auch. Ich glaube, das ist nicht einmal gelogen. Warum sollte das nicht sein? Das ist ja so rein von dem Ding her. Der Sermann hat noch keinen Down in der NFL, auch wenn es wir wollen oder ich will, dass der der Zweier ist oder der Complementary Back zum Mostert. Aber es ist einfach nicht so. Und dann habe ich Gelman, Gollman, Wayne Gollman dort. Deshalb ist der jetzt der Zweier. Easy. Und du wärst ein Trottel als Trainer, wenn du sagen würdest, ich gebe den Rookie. Der ist jetzt mein Zweier, weil dann demotivierst du alle anderen und jeder sagt, bist du ein Koffer? Warum? Aber genau da ist eben meine Frage. Bewerten wir nicht eigentlich vielleicht das Free-Agent-Signing von Gollman viel, 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 viel schwächer als alle diese Draft-Picks? Weil eigentlich war Gollman früher dort. Die haben relativ schnell gewusst, dass sie den haben wollen. Gollman hat gut ausgeschaut letztens in der NFL. Reden wir die nicht einfach viel zu klein? Immer. Wer redet über Hyde? Aber ganz ehrlich, Jacksonville Jaguars nehmen sich so einen nicht umsonst. Jetzt glauben wir oder hoffen wir, dass das Etienne früh wird oder schnell wird. Aber Etienne, ich liebe ihn genauso. Aber der ist kein Goll-Lineback. Da hast du dann einen Hyde, wenn irgendwas ist. Ist der Typ halt für sowas da? Und da redet man nicht drüber, aber es ist halt einfach so. Es ist, weil es auch nicht sexy ist, Tony. Wenn wir uns hier herstellen und sagen, Draft Carlos Hyde, nobody's gonna give a fuck. Genau so ist es. Aber dann kommen wir auch gleich weiter. Apropos, don't give a fuck. Görli, da ist ein News rausgekommen letzte Woche. Und irgendwie habe ich es mir auch schon gedacht. Und auch in den Dynasty Drafts aufs Sleeper lacht er dich ja andauert von ganz oben, von dieser Player Queue an. Todd Görli. Und zwar war er bei den Lions am Donnerstag. Da hat es jetzt viele, sagen wir mal, Gerüchte gegeben, dass es vielleicht auch nur ist deswegen, weil er dort der Rams-GM irgendwie was zu sagen hat. Und ihn dann einladet sozusagen, um vielleicht ein bisschen die Leute zu animieren, ihn anzurufen und ihn einzuladen. Aber Stoni, nur mal in Frage Nummer eins. Görlis Karriere vorbei, ja oder nein? Nie vorbei. Solange der Typ am Feld steht, war er Top-Talent. Auf alle Fälle. Wirklich, ein Top-Mann. Für diese Arthrose oder was er da im Knie hat, kann keiner was. Aber wir haben es immer gesagt, solange das Knie am selben Ort ist wie Todd Görli, wird er gefährlich sein. Und wenn ihn die Lions holen, dann steht der Typ am Feld. Es ist einfach so. Und es wäre der Disrespect schlechthin. Wahnsinn. Schlechthin für Swift. Und es wäre wieder ein Jahr, was ihm kostet. Aber das ist dann Todd Görli und nicht irgendein Typ, der was dort nur ein Körper ist. Das muss man halt dann schon sagen. Aber wenn sie eben so viel Wert aufs Laufspiel legen wollen, dann ist fast klar, dass sie noch wem dazu holen, der auch eben ein One-Two-Pack ist. Weil wir sagen es immer wieder. Jamal Williams, er war stark letztes Jahr. Aber hey, du hast doch deine Rolle. Du weißt ja, wer du bist und was dein Spiel ist. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie an das rankommt, was, weiß ich nicht, Aaron Jones eben macht bei den Packers oder eben Swift machen soll bei den Lions. Ja, das glaube ich auch nicht. Ist auch ein ganz anderer Pack. Ich glaube allerdings auch nicht, dass er bei den Lions endet. Ich glaube nicht, dass er da unterschreibt. Ich glaube, dass er Free Agent bleibt. Und bei irgendeinem Team, wo sich dann vielleicht einer von diesen großen Running-Packs verletzt, dass er dort landet, würde man allerdings auch sehen, ob er sich das antun will oder nicht. Weil das Geld wird kein Gutes sein. Ich glaube nicht, dass er da jetzt für einen großartigen Riesenvertrag rankommt. Aber braucht der noch? Der hat seinen Vertrag gehabt, der hat seine Kohle gemacht. Ich glaube eben auch, dass er das gehabt hat. Und man wird sehen, ob er halt nochmal spielen will oder nicht. Ob er vor allem auch glaubt, dass er mit einem guten Januar nochmal spielen kann. Die NFL hat letztes Jahr, glaube ich, relativ gut gesehen, was noch in ihm steckt. Auch aus dem Chat kommt raus. Lenny schreibt, Gurley, Fragezeichen, more like Neely. Die ist halt ein bisschen ein Alman-Joke-Renny, aber trotzdem nicht schlecht. Und Dinoman sagt auch, Gurley ist washed. Jan schreibt hier, Gurley holen, vier Spiele starten, dann verschlendern oder verschachern. Wir werden sehen, aber Stoney, ich glaube, gegen ihn zu Ende August, ihn vielleicht auf der Bank zu stationen in Redraft, kann nicht uninteressant werden, auch wenn er noch kein Team hat. True. Auf alle Fälle. Das, was halt immer ist, und das haben wir letztes Jahr ja auch gesagt, er ist nicht das Workhorse, was er mal war. Und er macht wahrscheinlich, ich glaube, Yards bei Kerry war richtig mies. Aber die Touchdowns, was er gemacht hat, hat er da trotzdem gemacht. Und er war dann jede Woche irgendwo so bei 10, 12 Punkten, weil er eben reingefallen ist. Auch wenn er es nicht wollte, eh auch gegen die Lions. Ja, und solche Typen, er weiß halt, wie es geht. Und deshalb glaube ich eben auch, so einer kann eben einen Swift richtig wehtun und Swift ohne richtig wehtun, weil der Typ halt dann nicht mehr vom Feld geht. Oder dann kommt er vielleicht rein und hat so ein gutes Spiel. Und du merkst, dass er einen guten Tag hat. Das ist halt dann als Coach, der nicht für uns coacht, für uns Fantasy, oder? Leider. Sondern zum Gewinnen von dem Spiel, ist das ziemlich ungut. Ja, das ist ungut. Auch ungut ist natürlich eine weitere Running Back Situation, nämlich die bei den Jets. Dort kommt jetzt wieder vom Athletic Roster die Jets mit allem rotieren, sozusagen. Da kommt Michael Carter, Tevin Coleman und on top von der ganzen Tab-Chart soll überhaupt Ty Johnson sein, der übrigens auch ein fantastischer Fit für die Offense sein soll. So steht es in den News. Ich liebe es ja wieder. Wir sind ja voll im Off-Season-Chatter. Jeder ist ein Superstar. Es gibt keine schlechten Spieler, keine schlechten News. Alle schauen aus wie Ferraris. Stoney, jetzt nur meine Frage. Ich weiß, langfristig sind wir uns alle sicher, Michael Carter sollte sich dort durchsetzen. Aber, gerade am Anfang des Jahres, wen würdest du glauben, der dir vielleicht so ein bisschen auch in den ersten fünf Wochen einmal vielleicht irgendwie als ein RB aushelfen kann, RB3 oder was auch immer, bis dann vielleicht Carter übernimmt? Ist es vielleicht Ty Johnson oder ist es Tevin Coleman, der das System ja sehr gut kennt? Ich glaube, dass es umgekehrt sein wird, Dortlak. Ich glaube, Carter wird früh diesen Bonus haben, weil eben, muss man halt schon auch sagen, wir wissen, was Tevin Coleman ist. Tevin Coleman, wenn du was wärst und wenn du der Man wärst, du hättest überall den schon, du, es wäre dazu nicht gekommen. Er steht nicht lang am Feld, das ist einmal das Erste und solche Typen, verletzungsanfällige Spieler bleiben verletzungsanfällige Spieler, so fängt es einmal an. Aber ich glaube, dass Carter der sein wird, der jetzt am Anfang ein bisschen von den Rookies irgendwie so der sein, dem was man so gibt, den Job und dann wird man merken, dass was jeder leider Gottes sagt, er hat den Körper nicht dazu, dass er das langfristig sein kann, er ist kein Workhorseback, er braucht eben auch diese Rotation und dann kommen solche Leute wie dieser Coleman halt daher, der NFL-Erfahrung hat und dann wird es halt so werden, ja, also dieses richtige Comedy und richtige Hot-Hand-Partie, der ist da, der ist da. Ich glaube trotzdem, dass Carter schon stark sein wird, aber so wie du es auch gesagt hast, wer sagt, dass die Jets nicht nächstes Jahr wieder einen Running Back nehmen, wieder ein Ding und wenn du schon sagst, Ty Johnson soll jetzt stark sein, der war nicht schlecht letztes Jahr. Ja, eben, das sollte man auch nicht vergessen. Der läuft dann und hat den Job und dann wird es halt wieder schwer, aber das Gute bei Carter ist einfach, dieses Skim passt zu ihm und er ist einfach eben auch so ein, er ist so ein Catching-Back einfach, er ist ein Receiving-Back und das kann dir helfen, das kann dir helfen. Also ich glaube auch, übrigens auch hier kommen auch schon die ganzen Jets-Fans von der Stone-Log Army, Jetsweep, hat auch gleich ein Abo da, das ist ein Dank vielmals für den Support. Bivko schreibt auch, Perrin ist noch da, Michael Piran, der war ja auch vor zwei Jahren, war das der Carter eigentlich, weil der wurde auch in Runde drei oder vier geholt, haben auch alle geschrieben, Michael Piran, don't sleep on him, braucht nur dreimal auftreten und nicht sofort einen Touchdown machen und die ganze Fantasy-Football-Community sagt gleich, dieser ist der, dieser ist der Schatz. Aber sag ich auch wieder, ganz ehrlich, aber da muss man auch wieder sagen, lassen wir die Kirche im Dorf, es hat geheißen, wenn du den sneaky Backup von Levy & Bell haben willst, dann holst du dir diesen Piran und wer war der Backup von Levy & Bell? Frank Gore, dann wird alles umgestellt und du rennst wieder für zwei Yards und ein Cloud of Tasts, wie ist es einfach. Wenn du ein Typ wärst, dann würdest du den Gore auf die Seite drängen und sagen, Herrs, come on, Seniorenheim für dich oder Seniorenglub, dreh auf am Abend und schau mich an, wie ich in die Highlights umeinander renne. Hat er nicht geschafft, fertig. So ist es. Mein Take, hättest dich schon durchgesetzt. Auch von Lenny wieder, Tevin Coleman, RB1 bei den Jets. Ich sag ganz ehrlich, ich glaube, dass durchaus Carter da gute Chancen hat, aber es ist überhaupt nicht so, als wenn er sich da in ein gemachtes Bett reinlegt. Ich glaube eben auch, dass das eine dieser Offenses sein wird, die eben da hinten irgendwen hinstellen oder immer wen anderen, um einfach auch verschiedene Charaktere da hinten drinnen zu haben, weil sie vielleicht einfach auch für jeden die Spielzüge haben etc. Und auch, wie ich habe gerade auch geschrieben, Tide Johnson war nicht schlecht gestern. Gestern. Letztes Jahr. Gestern wir ein Mörder. Gestern wir ein Mörder. Wie geil wäre, wenn wir jetzt gestern Tide Johnson gespielt hätten, mit den Jets. Aber er war wirklich, also er war nicht schlecht. Und wie gesagt, Tevin Coleman kennt das System und hat, ich meine, ich weiß nicht, wenn ich meinen Havara mitnehme, irgendwo hin, ist der automatisch Starter-Stone. Wenn du mein Running Back bist, gebe ich dir sofort den Einsatzjob. Sag ich dir auch ehrlich. Auf alle Fälle. Und wo kommt er? Von wo kommt er? Er ist ja, er ist ja dieser Saleh, ist ja der Havara vom Schöner-Henkel. Und die machen das genauso. Und das hat er klären von klar auf und macht so. So ist es. Auch ein kleines, oder das hat auch ein bisschen Angst, für Angst gesorgt. Angeblich wollen die Giants den Segwan-Pakri nicht so ganz einsetzen von Haus aus, sondern wollen einmal aufpassen und ihn rein easen, wieder zurück in die ganze Workload. Könnte auf einem Snap-Count sein. Stoney, are you buying it? Es ist Ende Mai, vielleicht sollte ich das dazu sagen. Genau um das geht, es ist noch lange Zeit, aber wenn es so ist, wenn da wirklich ein bisschen was ist, wo sie ein bisschen vorsichtig ist, warum nicht? Auch für alle Teines, die ohne von Backe. Ich habe ja lieber zwei, drei Wochen, wo er ein bisschen, hey, holoko mein Freund und nachher gehen wir auf zerstören. Das nächste, was ist, braucht ein Segwan-Pakri wirklich 30 Touches? Der kann damit 12, 13 richtig in Ohrschaus hauen. Also wenn es so sein soll, hey, dann ist so. Für Redraft natürlich im Kopf behalten und anschauen, wie sich das im Sommer entwickelt, weil da schaut es halt anders aus. Wenn es da zwei, drei Wochen deinen First-Rounder, nehmen wir es so wie es ist, ein Pick unter die ersten fünf, wenn es den dann nicht hasst, ist es halt ein bisschen zart. Aber so, warum nicht? Wenn es ein bisschen, wenn es ein bisschen heikel ist, dann lieber ein bisschen bremsen. Ich sage vor allem, weil einfach dahinter nicht viel ist, gebe ich jetzt nicht so viel auf die News. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der Gameplay ein bisschen passlastiger sein wird, was auch immer. Ich würde da jetzt überhaupt keine Sorgen haben. Für mich ist Segwan-Pakri ein Teiled-In-Top-3-Pick dieses Jahr in Redraft. Überhaupt keine Frage. Das, glaube ich, ist klar. Wenn der sich nicht verletzt hätte, würden wir auch wahrscheinlich vielleicht noch anders reden dieses Jahr über ihn. Kann passieren. Übrigens auch danke nochmal an Junk-Fitz und P4U für den Support. Junk-Fitz, übrigens die Stone-Locker-Liga, Deines Liga 2, hat das Pub-Klis gewonnen. Und die bekommen den Ring von mir zahlt. Apropos, ich möchte kurz am Chat eingehen, weil der Lenny ja wieder sein Rant loslässt. Natürlich, Lenny, bin ich schon voll bei dir. Du musst immer die Frage zuerst... Der der Sieg 39 Mal den Ball gegeben hat. Aber Sieg war nicht verletzt. Sieg war nicht ein Dreivierteljahr irgendwo, wo er zugeschaut hat, sondern der war on fire. Und wenn Barcl das, dann bin ich schon bei dir. Dann würde er die Kugel kriegen. Aber da kommt ja dann auch ein ganz anderer Mechanismus ins Spiel. Der ist so, Gerrit, mein Freund, ich sag da schon, was wir mit unseren Millionen-Running-Back machen. Ja, außerdem, wie gesagt, du hast... Running-Back ist ja auch immer so wie ein Joghurt. Musst du schnell aufbrauchen, bevor es verfallt und du es ungeöffnet sozusagen weghaun musst. Stoney, die letzte News. Wie in jedem Football-Programm dieser Woche, es dreht sich natürlich nur um... Julio, oh Julio. Julio Jones angeblich bei den Seattle Seahawks im Gespräch. Stoney, wie beschissen wäre das für Fantasy? Das wäre irgendwas. Ganz ehrlich, aber ich glaube es nicht. Ich glaube nur, dass da jetzt wieder ein Blutdeppert geredet wird. Aber gerade die Seahawks... Und ich... Jetzt werden sie mich... Jetzt werden sie mich... Jetzt werden sie mich wieder alle klippen und da werden sie mich wieder unterm Bus hauen. Aber gerade die Seahawks haben einen Typen, der ähnlich ist wie Julio Jones. D.K. Metcalf ist genau der Typ. Ja, ja. Das ist genau dieser White Receiver-Typ. Deshalb, ich finde nicht, dass das irgendwie passt. Das passt eh. Die haben ja ausgewogene Dinge. Die haben ihren Lockett, die haben ihren D.K., die haben ihren Ras, ihren Carson. Why? Das sehe ich irgendwie nicht. Und Fantasy-mäßig wäre es bescheiden, sage ich ganz ehrlich. Ich verstehe es auch nicht. Da haben sie auch dann mit ihrem ersten Draft-Pick noch Esquitsch geholt. Ebenfalls auch wieder da bei White Receiver nachgesorgt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man jetzt noch wirklich auch in so einem Win-Now-Modus ist, dass man mit Julio, dass das der Spieler ist, der sie über den Hügel bringt. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, Julio Jones zu holen. Kann allerdings auch alles heißen. Weil der Report kommt hier von Diana Rossini von ESPN. Seahawks have had discussions about Aquile und Julio Jones. Kann ja auch sein, Stone, dass ich, ich bin der Pete Carroll, du bist der GM und ich rufe dich an und sage, wie schaut es auch an Julio? Und du sagst, na, eher nicht. Und das war halt auch eine Diskussion. Die andere Frage ist, bin ich voll bei dir. Andere Frage ist, wer sich jetzt nicht über Julio Jones unterhaltet, ist das dann richtig, dass du ein Head-Coach in der NFL sein solltest oder ein GM? Wenn die Möglichkeit da ist, musst du ja über ihn diskutieren. Ich glaube auch. Ich glaube auch, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich notwendig ist, für die Seahawks jetzt hier noch Julio Jones zu holen. Rob, der 96 steht richtig, die Titans sollen auch vorne sein. Da hat es auch von A.J. Brown ein kleines Video gegeben. Glaubst du, dass es eher das Management oder dass das Management das gut findet, wenn solche öffentlichen Recruitments stattfinden und die Spieler da Videos etc. online stellen? Glaubst du, dass es eher gut ankommt oder glaubst du, dass der GM anruft und sagt, hey, A.J. Brown hat's dich? Ich meine, ich glaube schon, dass so irgendwie so ist, hey, was, was, warum reden wir mit euch die ganze Zeit über PR, wie sie auftreten soll, Social Media, A.J., bitte, was machst du, Bruder? Aber kannst du das irgendwie beeinflussen? Nein. Und besser sowas, als wie Antonio Brown geht live beim Feuerwehr und Polizeieinsatz vor seiner Hitten. Da hat er halt ein lustiges Video gemacht, wo er halt einen seiner Idole ein bisschen hinten rein geräutert. Mehr ist sie auch nicht. Wenn in Wirklichkeit, ganz ehrlich, Händen hört, denkt sich A.J. Brown, bleib lieber dort, wo du bist, ich bin eh die Show da. Ja, also so weit, so weit sind alle NFL-Spieler, dass sie sich das in Wirklichkeit denken. Und dann sagt er, nee, du bist ja nicht toll und hierher und hierher und hierher und blablabla und dann musst du halt sowas machen. Ich glaube auch. Übrigens, der Lenny hat auch noch was geschrieben, der ist ja in der Stoedlark-Liga 7. Fischer Raser hat das gut gesagt. Fischer Raser sagt hier, SLL 7 macht wahnsinnig viel Krach und ist laut für nix. Das werden wir heute noch sehen. Wir schauen uns ja dann die Drafts auch noch dort an. Lenny hat gesagt, ganz finde ich auch ein interessanter Spot hier. Raiders. Raiders wäre auch eigentlich eine, ich weiß nicht, ob die überhaupt irgendwelche Assets dafür hätten, aber wäre nicht auch interessant. Und dann rufe ich aber an und sage, Waffle House, bist komplett hinig. Jetzt warst du die ganze Zeit bei so einem Team, was nicht mehr irgendwie zubereichen kann zu einem Titel oder was. Du willst jetzt noch was gewinnen. Und um das geht es ihm ja. Um das geht es ihm ja. Und dann gehe ich ja nicht zu den Raiders. Aber dann machen wir das so, egal wo er hingeht, du rufst dann bei dem Waffle House dort in dem Ort an. Und sagst, okay, das machen wir dann. Passt sehr gut. Dann hätten wir das auch. Irgendwas, da freut mich, da bin ich jetzt gespannt. Und wir haben wieder einen Highest Off-Season Moment. Das schauen wir uns jetzt an. Highest Off-Season Moment. Es ist nicht wirklich ein Highest Off-Season Moment. So viel sage ich gleich, ist vielleicht schlecht, wenn ich ihn starte damit. Aber wir haben natürlich wieder in unser Stone-Clark-Handy reingeschaut. Und wer das jetzt auf Video sieht, sieht die ganzen Plattformen, auf denen wir bereits vertreten sind. Wir freuen uns extrem, wenn ihr uns auf Social Media folgt. Egal wo, TikTok, Twitch, Twitter, Instagram, egal wo. Nur Klapphaus haben wir auslassen, Stoni. Im Nachhinein gut, dass wir da niemals drin waren, oder? Leave quietly. Und zwar, er ist wieder natürlich unterwegs. Und man muss ehrlich sagen, wie wäre die Karriere von Tom Brady verlaufen, wenn er nicht andauernd unter dem Auge von Bill Belichick gewesen wäre. Denn er hat, muss man ehrlich sagen, unheimlich viel Spaß auf Twitter. Also er ändert da sein Profilbild. Und, also wirklich, es gibt lustige Kommentare. Ja, dann da auch, Annual Post, Tom's Shirtless Combined Photo on Twitter Day, my favorite. Also, lauter so Geschichten. Und er spielt da jetzt wieder in diesem Golf-Turnier, was ja dann zwischen Rogers und Brady ist und so weiter. Und da hat er dann sozusagen hier diese, 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 diese Golfer-Meme. Ich weiß jetzt nicht, was genau das war, aber die waren dann überall. Und da hat er dann sozusagen sich auch noch einen kleinen Scherz erlaubt, Stoni. Und zwar, vielleicht kann man das hier ganz gut lesen. Hier schreibt er, the Packers kicking a seven, a field goal down seven und dann Aaron Rodgers. Sozusagen mit diesem wahnsinnig, wahnsinnig enttäuschten Gesicht. Jetzt ist es nur so, ich glaube jetzt nicht, dass Tom Brady vor dem Computer sitzt und das halt selber macht. Stoni, glaubst du, Tom Brady sitzt vor dem Computer und macht die Memes alle selber? Er hat es jetzt seit 30 Jahren oder was nicht gemacht. Und in den letzten zwei Jahren ist er auf einmal so aktiv, weil dir wahrscheinlich irgendeiner gesagt hat, du, ein bisschen mehr Kohle, es wird sich noch eine Stelle ändern auf deinem Konto, wenn du ein bisschen lustiger bist und noch ein bisschen moderner. Pass auf, aber dass du das nicht selber machst. Ich setze da einen ganz lustigen, modernen hin. Der macht ja das. Und das ist nämlich der Typ, der für dich die Luft rauslassen hat aus den Bällen. Das kann wirklich sein. Ich finde es irgendwie sehr, sehr spannend. Eh cool auch, dass man sozusagen diese ehrliche Seite vielleicht sieht, aber es ist dann eigentlich auch meiner Meinung nach nicht ehrlich, weil es einfach ein bisschen too much ist. Schreib ein bisschen was, post ein bisschen was, aber es ist too much. Jeder weiß, dass du das nicht bist. So wie jeder auch weiß, dass wenn du deine Handynummer dort rein hast, du niemals davon abheben wirst. Oder? Ich meine... Fix... Das ist einfach zu viel. Es ist zu viel. Das ist eine Lüge, Lachs. Willst du das nochmal spielen, wie ich mit ihm geredet habe? Hey, Chat. Das können wir uns nicht gefallen lassen, diese Unterstellung vom Lach. Let's go. Champion Moji ist jetzt im Chat. Wir haben geredet mit ihm. Wir haben geredet mit ihm. Tss. Racket. Genug mit Highest Off-Season Moment. Let's talk Fantasy. Back to reality. Let's talk fantasy. Jawohl. Und zwar, es ist Fashion Week war in Wien und es war überall sozusagen Trends. Es ist immer die Frage, wo sind die Trends der Zukunft? Immer wieder ist man da auf der Suche, egal in welchem Bereich, musikalisch sucht man den neuen Trend beim ESC, auf Filmfestivals, die neuesten filmischen Methoden, keine Ahnung, Stonie, aber im Fantasy-Football sind wir auch immer auf der Suche nach Trends. Jeder möchte immer einen Schritt vorne sein und ich habe einfach, ich habe die Richtung, ich habe die Richtung vorgegeben und dann jeder hat es mir nachgemacht. Ich habe gewusst, wie es geht. Wie heißt es? Meta-Game heißt es immer, oder? Meta-Game, ne? Was ist das? Meta-Game? Im Meta-Game war ich dann der Superheld und I'm one step in front of the Meta-Game. Dann glaubt wieder jeder, er hat irgendwas entdeckt, was kein anderer noch gesehen hat. Ich kenne da zwei, die haben gestern sich ordentlich gefeiert, weil sie was entdeckt haben. Ja, okay. Hier wurde übrigens auch gerade richtig gesagt, der Martin Senfter wurde heute versprochen. Ja, ist sich leider nicht ausgegangen bei Martin, aber ihr wisst ganz genau, wir sind an allen Ecken und Enden am Schrauben und es wird sich alles wieder ergeben. Auch der Lenny wird irgendwann einmal wieder seinen Dampf, den er hier andauernd im Chat loslässt, irgendwann einmal hier wieder in der Show reinbringen dürfen. Aber wir müssen ihn zügeln. Wir müssen Lenny in gezielten Dosen, wie er die Footballerei auch macht. Ich mache das genau richtig, die weiß, wann es wieder Zeit ist, ihn rauszulassen. Sony, ein Trend, den ich bemerkt habe in diesen Fantasy Dynasty Startup Drafts, weil ich glaube deswegen, dass man da viel übernehmen kann. Ich weiß, das ist jetzt für alle, die es im Real Life hören oder jetzt morgen übermorgen oder in drei Tagen beim Joggen und so, ist das nicht so gut, aber alle, die jetzt live dabei sind, ich werde immer die Links reinhauen, weil ich schaue mir da parallel immer dann die Stats an, über die ich rede, dann könnt ihr mitschauen oder könnt ihr auch sagen, was euch da auffällt. Nur so als Info. Ja, und außerdem, wie gesagt, wir schauen uns jetzt eben auch diese Trends an, die ich eben in diesen Dynasty Startup Drafts irgendwie gesehen habe. Warum ist das so? Ich glaube, dass es für viele der erste Startup Draft war und dass trotzdem gewisse Dinge sich irgendwie fortgeführt haben, weil dann trotzdem so gedraftet worden ist, wie eine normale PPR-Liga. Das ist einfach nur eine normale PPR-Liga. Ich drafte wie immer. Ich meine, jetzt haben Leute vergessen, dass wir neun Starter haben und haben dann nur sechs Leute aufgeholt, dann haben Leute noch was ganz anderes vergessen, zu dem kommen wir vielleicht ein bisschen später noch, aber genau deswegen ist es aber für uns, glaube ich, ziemlich gut, weil wir dadurch schauen können, okay, wie, wo, was zeigt sich in diesen Drafts. Und ich glaube, eines, was absolut passiert ist, ist, Rookies werden absolut gehypt. Sicherlich ist auch klar so, von März bis Ende Mai machen nicht nur wir nichts anderes, sondern auch alle anderen nichts anderes, als eben Rookies zu hypen. Vielleicht sollte man aber auch immer wieder dazu sagen, was man mit einem Rookie mittraftet, weil Stoni, die Unbekannte, ist ja da groß, aber sie zieht irgendwie an. Es ist auch viel Hoffnung dabei. Ich finde es sehr, sehr spannend, wie früh Sermon und Carter, gerade diese zwei Leute, die im Backfield stecken, wo wirklich jeder drin sein kann, wo die Workload wahrscheinlich so oder so nie diese volle 1RB, Bulletproof, Fullproof, kann es nicht mehr aufstellen, Workload sein wird. Es gingen in manchen Ligen Carter vor Carson. Carson ist 26 und hat gerade einen 2-Jahres-Vertrag bei einem Seattle Seahawks bekommen. Würde ich wahrscheinlich eher haben wollen. Es erinnert sehr an den CEA-Hype. Es erinnert ein bisschen auch an den Darwin-Thompson-Hype. Schätzen wir die Bekannte ein bisschen zu wenig, Stoni? Auf alle Fälle kriegen die Rookies immer mehr Paar als die Leute, die eben jetzt in ihrem Second-Year sind und vielleicht nicht durchdraht sind, so wie Jefferson. Der kommt jetzt in sein zweites Jahr und jeder sagt Jefferson, Jefferson, Jefferson. Aber eben die Leute, die da vielleicht ein bisschen unterm Radar herumschwirren, so wie du es eben gesagt hast. Sek Moss hat jetzt ein Jahr in der NFL hinter sich und wird wahrscheinlich auch wieder dazugelernt haben, beziehungsweise wir Adapte zu manchen Sachen, das wir da wahrscheinlich vorher nicht gehabt haben. Da muss man aber sagen, bei Carta und Sermonets zum Beispiel, ist ja auch wieder, wo nimmst die, wenn du jetzt ein Redraft hergibst, ist das nicht so ein Investment wie CEA-Age. CEA-Age haben sie uns letztes Jahr eingeredet. Ich schaue da eben auf Fantasy Bros und jeder weiß auch, in der ersten Runde. Erste Runde, aber wirklich vor Leute wie Aaron Jones, vor Leute wie Mixens und lauter solche Dinge, das war Nick Sharp und so weiter, das war alles eigentlich Disrespect gegenüber den Leuten, die dort sind und der CEA-Chat müssen alles zertrümmern. Und da haben wir schon von Anfang an gesagt, und das sage ich ja immer, das ist kein Bast, er ist kein schlechter Football-Spieler, wenn du das so nimmst. Aber erste Runde, erste Runde sind zwölf Fantasy-Spieler, zwölf, zwölf, no way, wenn du nicht bist ein Sieg oder ein Backe, wird das nicht passieren und jeder hat das irgendwie gewusst, überhaupt eben auch in dieser Offense, wo viel über Mahomes, viel Kelsey, viel rausgefeuert wird und so. Come on, das ist doch, und da sage ich ganz ehrlich, Carta und Sermon nehme ich da ein bisschen raus. Wo es wirklich ähnlich ist, ist halt jetzt wieder dann Nachi Harris in der zweiten Runde in Redraft, im Dynasty all day. Gebt es mir den, gebt es mir den sofort. In Redraft jetzt wieder, es ist trotzdem eine Rookie-Saison. Ich glaube, ich würde eben da einen Aaron Jones und diese Leute alle davor nehmen, eben und sage jetzt, sag deinen Liebling, den du immer bringst, den Running Back. Achso, Antonio Gibson. Antonio Gibson. All day, baby. Ganz ehrlich, ich habe den schon gesehen ein Jahr, wir erwarten uns eben ein bisschen ein anderes Spiel von den Football-Themen, das nicht jedes Mal kilometerweise hinten liegen. Es gibt keinen Alex Smith Robo-Lag, der die ganze Zeit Checkdowns wirft, deshalb wird wahrscheinlich Gibson vielleicht noch einmal einen Schritt nach vorne nehmen. Nimmst du jetzt einen Typen, wo du weißt, was du kriegst oder schon gesehen hast, was er leisten kann oder Najee Harris, der genauso hinter einem ein bisschen fraglichen All-Learn spielt und sein erstes Jahr in der NFL spielt. Ich glaube nicht, dass da jetzt eben dieser Trend zu sagen, ja, ich brauche unbedingt einen Rookie. Aber du hast recht, es geht in diese Rookie-Ding und Najee Harris wird mehr Pass kriegen als Antonio Gibson. Ich war nicht da, und ich sehe das nicht nur bei Running Backs so, ich sehe das bei Wilders, sie waren auch so. Ich glaube, ein City-Land bekommt viel zu wenig Liebe dafür, dass, ich weiß, ja, aber wieso dann Jamal Chase dann, weil es davor geht, etc., sehe ich halt absolut nicht. Ich glaube, dass man da wirklich ein bisschen mehr auf dieses Vertraute gehen soll und eben vor allem bei Running Backs. Wir kommen gleich nochmal zu dem Thema. Ich nehme einen Zach Moss, der hat keinen, der hat niemanden dazu bekommen. Ja, Josh Allen ist dort der beste Running Back, ist eh klar. Aber wenn Zach Moss fit ist, ein ganzes Jahr bekommt, er hat ein ganzes Jahr gespielt, er hat nur Singletary hinter sich. Ja, die Leute kommen mit Breeder, aber come on. Von dem her, ich finde das wirklich eine sehr, sehr gute, ich finde das bei weitem eine bessere Situation in einer genauso, wenn nicht viel potenteren Offense als die anderen beiden. Also, vergesst mir nicht auf diese Second-Year-Player, die da durchaus diesen Sprung machen können, auf allen Positionen, egal wo und overhyped, die Rookies nicht, das sind ungewisse Situationen und Stoney, alles, was wir sagen, ist sowieso nicht richtig, aber wir bauen das auf auf Dinge, die wir irgendwo vermuten, weil wir sie ja schon gesehen haben. Ja, auf alle Fälle und da geht es jetzt eben um das, ich habe jetzt reingekommen, den Link, könnt ihr mitschauen, wenn ihr euch anschaut, die Average Strafposition vom letzten Jahr, eben der angesprochene CAH zum Beispiel, neun. Entschuldigung, in der Koffer, lese natürlich gleich falsch, war elf. Aber es ist trotzdem meistens in der ersten Runde gegangen eher auf neun, wenn jeder dann immer sagt, bevor ich jetzt einen White Receiver nehme, den nicht mehr den Superhelden, nehme ich lieber CAH. Und dann hast du irgendwo dahinter Nick Sharp 15, das ist doch irgendwas, das ist doch irgendwo, das ist, das hat doch keine Relevanz oder das ist doch nicht in Relation mit dem. Wir reden über neun Spieler in der NFL, der sich wahrscheinlich auch noch akklimatisiert oder ein Surefire Running Back in einer Offense, die mit einer der Top All-Lands in der ganzen Liga hat und die ihn forcieren und ihr Spiel so aufziehen. Das ist doch, das ist lachhaft. Und wahrscheinlich sollten wir auch aufpassen, bei Running Backs, ich finde zwei kann man da relativ gut rausnehmen, Sieg und Mixon, nur weil die nicht ein gutes Jahr hatten, kein gutes Jahr, weil bei Sieg overall neuntes Finish mit Dinucci, Garrett Gilbert oder sonst was, der ist nicht aus, der hat kein Karriereende. Ich glaube, dass wir durchaus noch ein sehr, sehr gutes Fantasy oder mehrere gute Fantasy-Jahre, sowohl von Mixon als auch von Elliott haben, also würde ich die nicht totsprechen und allgemein glaube ich, dass man genau bei, das sind so, vor allem auch Mixon ist so einer, wo ich den aufgrund der Tatsache, dass eben wenige Running Backs da sind, den würde ich vor vielen, vielen gestandenen oder Surefire First Round Wild Receiver haben. Das ist vielleicht so ein Trend, den ich jetzt da beobachte, es gehen alle auf RB, weil vor allem dann in den mittleren Runden eben die Debt bei Wild Receiver riesig ist. RBs sind dementsprechend meiner Meinung nach mehr Gold denn je und Sony, weil Wild Receiver so deep ist, der 1er Receiver ist von den Cowboys, das ist Cooper, da ist ein Top 10 Finish drin, da geht irgendwo glaube ich in Runde 5 in Redraft derzeit ADB. Kann man für RBs reachen, kann man wirklich dann mit gutem Gewissen auch sagen, hey, auch wenn Dix mir jetzt in der erste Runde in Redraft in die Schoß fällt, nein, ich nehme einen Antonio Gibson eher, weil ich einen Running Back brauche, ich bekomme die gute Wide Receiver Produktion auch später, einen Surefire Running Back 1 bekomme ich nicht. Ist es ein Trend, dass man sagt, Robust RB is the thing to go oder interpretiere ich da zu viel rein? Ich glaube nicht, dass du da zu viel rein interpretierst, Lack, weil es geht ja um das. Ein Wide Receiver, die sind ja nicht wirklich deeper, weil die guten gibt es auch nur, ich sage jetzt Haus Nummer 10, einfach nur so eine Zahl, aber Wide Receiver stehen halt mehr am Feld als Running Backs. Es ist einfach so, auch wenn du, der RB2 und so weiter, bringt da meistens nur was, wenn der Einser vom Feld ist. Aber der Wide Receiver 2 in einem Team hat wahrscheinlich von der Snap Share her sicher ein bisschen weniger, weil es ja auch diese Tide Sets gibt und was weiß der Kuckuck, aber der steht oft am Feld. Der RB2 von einem Team ist, je nachdem was er ist, wenn er entweder nur eben so ein Pass Catcher ist, wird er eher nur das machen und wenn er dann is a hide, steht er dann am Feld, wenn James Robinson zum Beispiel jetzt oder Chris Carsten letztes Jahr nicht da ist oder müde ist oder den fünften Drive hat. Und das ist eben das Problem. Ich glaube, viele Leute vergessen einfach, hast du den Running Back, sind es meistens 32 oder es ist einfach so, dass die meisten spielen mit einem Running Back hinten. Es sind ganz selten, dass zwei Running Backs am Feld sind. Ja, das geht aber auch um das. Wie oft steht ein Team, das kann man ja eh auch nachschauen, gibt es ja Statistiken, mit zwei Running Backs am Feld, das sind zwei, drei Pistolsets und das war es dann. Ende der Durchsage. Aber drei Wide Receiver, zwei Wide Receiver. Da hast halt viel mehr Möglichkeiten, einen zu haben, der öfter am Feld steht. Und wir sagen es immer, wir wollen Spieler, die am Feld stehen, die in Situationen am Feld stehen, wo man Punkte macht und die auch dann aktiv sind. Hast zwei Wide Receiver, könnte theoretisch jeder von denen den Ball fangen. Isolde so. Ja, die Frage ist jetzt auch, Stoney, ist Zero RB tot 2021 in Redraft oder ist das etwas, was man versuchen kann? Noch einmal, und das sage ich auch immer, es gibt jeder, der das glaubt und jeder, der das verkauft. Zero Wide Receiver, Entschuldigung, war das das, was ich gesagt habe? Ich wollte Zero Wide, also keinen Wide, nein, Zero RB, Entschuldigung, nur Wide Receiver picken, verdammt, Entschuldigung. Sorry, sorry, ich bin verliert. Ich folter die ganze Zeit dem Beef zwischen Lenny und Fischer raus, auch Twitch-Mörder-mäßig. Dann mach so, dann atme mal kurz hoch, lese dich einmal ein und sag uns den nachher und ich bringe jetzt einmal das, was ich sagen wollte. Hey, jeder, der euch verkauft, es gibt nur Zero RB dieses Jahr, es gibt nur fünf Wide Receiver in die ersten sechs Runden, das ist irgendetwas. Du wirst den Schlüssel für dieses Fantasy-Game nie finden. Jeder, der das glaubt und sagt, in die ersten vier Runden brauchst du drei Running Backs, weil sonst bist du nicht erfolgreich. In die Ding-Prox, das gibt es nicht. Es ist aber so, wie es der Luck jetzt andeutet hat, überhaupt an diese Turn-Positionen. Du musst ja immer rechnen, wenn du der 12. bist in einer Redraft-Liga, dann pickst du als Erster in der zweiten und ich weiß, es gibt diese Umkehren in der dritten, aber generell bist du in 20 Picks wieder dran. Wenn du jetzt da eben Aaron Jones nimmst, letztes Jahr oder jetzt Gibson, sag einfach, mach mal so, Gibson, dass du am Ende der Runde hast vielleicht Tyreek Hill oder irgendeinen gekriegt und dann Gibson, du musst ja denken, der kommt ja nie wieder zu dir zurück. In 20 Picks gibt es aber nicht kein Gibson mehr, sondern da gibt es hunderttausende andere auch nicht mehr. Da wird sich wahrscheinlich kein Montgomery ausgehen, da wird sich wahrscheinlich kein Schieß-mich-tot Chris Carson oder solche Leute, der vielleicht noch, aber die anderen sind alle weg. Miles Sanders ist weg, Dobbins ist weg und so weiter und dann stehst du da, hast zwei gute, solide Wide Receiver, okay, aber wahrscheinlich nicht diese Art von Running Back, die es eben nur 12, 13 Mal gibt. Und da gibt es halt doch Wide Receiver mehr, die halt solide Nummern machen. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch, dass es wirklich, vor allem, ich glaube, was viel mehr für eine Go-Heavy, Go-Feel of Running Backs, vor allem in Redraft, ich rede jetzt nur Redraft, was dafür spricht, ist die unfassbare, gefühlt unfassbare Tiefe auf der Wide Receiver Position. Wir haben da Amari Cooper, der wahrscheinlich relativ später zu haben ist, ich finde ein Tyler Boyd wird ganz interessant sein, Chuck mit Trevor Lawrence, das sind Dinge, die bekommst du aber noch viel, viel, viel später. Und das kann ein Top 10 Receiver sein, why not? Oder ein Top 15 Wide Receiver, no problem. Aber der Top 15 Running Back, das schaut schon anders aus. Und deswegen glaube ich, dass das durchaus, dass vor allem diese späteren Wide Receiver mehr Upside bringen, als eben diese späteren Running Backs. Es ist vollkommen, es ist eh klar, das ist, glaube ich, kein Geheimnis und ich glaube, dass es ein Trend ist, der sich durchsetzen wird. Go heavy on RB, das werden, glaube ich, ganz, ganz viele machen. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Position, dass Toni nickt nur. Ich kann dazu, ich schaue nämlich immer mit einem Auge, ich glaube, Ringo Lino, der auch bei uns im Chat ist, ich glaube, der besonderer Klang, oder? Und der nächste bin dann ich. Wir kommen zu einer anderen Position, und zwar, das sind die tight ends, Toni. Und zwar, die große Frage, wir wissen es, letztes Jahr haben wir es gesehen, Toni, Waller, ich glaube, der Ernst, ich weiß nicht, ob er jetzt im Chat auch drinnen ist, hat er sogar gesagt, der Waller hat ihm den Ring gebracht. Viele, viele Leute haben Waller drinnen gehabt, den haben sie spät bekommen, das war der tight end, der hat geballert, das war eigentlich kein tight end, das ist ein wide receiver. Und ich glaube, dass das eben das Ding ist. Casey, Kittle, Waller, das sind wide receiver, von den Zahlen her, das sind keine tight ends. Der Vorteil, den einer von denen dir geben kann, ist enorm, deswegen musst du allerdings trotzdem so, die solltest du so bekommen, dass du vielleicht auf Running Back schon gesettet bist, finde ich. Aber die Suche nach diesem vierten Typen ist, finde ich, einfach übertrieben und man sollte da ganz, ganz vorsichtig sein, auch wenn Hawkinson 100 Targets gehabt hat oder sonst was letztes Jahr, glaube ich nicht, dass der ansatzweise in diese Bereiche von einem Kelsey, Kittle, Waller hinaufschnuppert. Denn auch wenn er der viertbeste tight end ist, Toni, der viertbeste tight end, das heißt gar nichts, oder? Also, das ist eine Position, wir sagen es immer wieder, Fantasy, Gaga-Zone. Und es geht um das, machst du als tight end den Touchdown, bist du relevant an dem Wochenende? Das ganze letzte Jahr war das so. Der macht 40 Jahre zu den Touchdown, 10 Punkte, let's go, nehme ich. Und ich habe es euch rein, klickt es auf den Link, schaut es euch an, ihr seht es da, wie die Titans letztes Jahr abgeschnitten haben. Kelsey, reden wir nicht über Kelsey. Kelsey ist mit die Kansas City Offense und diese so eine High-Octane-Offense, der wird immer wieder Punkte machen. Aber Waller ist einzigartig in der Liga, das meine ich ganz ehrlich und jetzt gar nicht, weil er so einzigartig ist, er natürlich auch, aber sie schemen wirklich, die ganze Zeit wollen sie, dass irgendwas passiert, dass Waller den Ball in Space kriegt, dass Waller den Ball alleine kriegt, dass Waller den Ball in der Red Zone kriegt und so weiter. Das sind einfach Dinge, sie wollen die ganze Zeit, dass Waller aktiv ist und das macht ihn einfach so wertvoll. Und wenn ihr euch jetzt anschaut, nehmen wir die ersten zwei weg. Kittel war letztes Jahr verletzt, aber Kelsey 300 Punkte, BPR, let's go. Waller 278 und jetzt kommt Logan Thomas, 176 Punkte und jetzt gehen wir auf den Tident Nummer, was machen wir? Machen wir 15, Evan Engram, den jeder Cast hat. Der macht 141 Punkte, das sind 35 Punkte Unterschied. Aber ein Hockinson geht fünf Runden vorher wahrscheinlich oder zehn Runden wahrscheinlich, denn Engram greift eh keiner mehr an. Oder ein Ebron. Ich brauche für die nichts investieren, weil so wie der Lack sagt, er hat 90 Targets gehabt und wird er dieses Jahr noch mehr haben? Vielleicht wahrscheinlich, weil er ein super Typ ist und vielleicht macht er dann noch zwei, drei Touchdowns. Aber im Normalfall ist dann mit dem Kronkowski genauso gut unterwegs wie mit einem Ebron oder mit einem Hunter Henry und so weiter. Deshalb, es ist nicht nötig, da jetzt dann in der vierten Runde, nur weil du gesehen hast, ui, die drei sind weg. Jetzt gibt es nur noch, nur weil wir den Namen nicht so wirklich kennen von denen. Das ist irgendwas. Wirklich, Targets sind da irgendwas. Du brauchst nicht die Bank ausrauben für ein Tarant. Ist einfach so. Die Sache ist ja, dass Waller zu den Leuten gefallen ist in einer sehr, sehr, sagen wir mal, guten Runde. Ich glaube, Waller ist gegangen letztes Jahr 7, 8. Kann das sein? Jetzt kriege ich das falsch. Ich weiß nicht, ich kann mich erinnern. Das kommen wir gleich beim nächsten Ding. Ich erkläre es dir gleich, wo Waller gegangen ist. Weil das Ding ist einfach nur, wenn Leute jetzt vor allem auch, der Ernst hat sich auch gerade im Checkstream, was ist mit Pits? Ich habe keine Ahnung, was mit Pits ist. Aber eins sage ich dir. Wenn der an die Produktion von den drei drankommt, do it. Kann man das wissen? Nein. Wir wissen noch immer nicht, is a wide receiver, is a tight end. Er spielt sein erstes Jahr in dieser Liga. Wir haben keine Ahnung, ob Julio Jones bleibt, etc. In Redraft, Vorsicht, ich würde vorsichtig sein. Genauso wie Bobby Biceps. Großer Hype. Der Junge hat keine Targets bekommen, hat drei Targets in einem Spiel geworfen. Entschuldigung, gefangen. Wenn du als tight end drei Targets in einem Spiel fangst, bist du ein Top 10 am Ende des Jahres. Punkt. Egal, wie viel du danach noch machst, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Put it on the pole. Aber das ist wirklich so. Und deshalb, tight end bist du schnell relevant. Jede Woche haben wir geredet über, wie ich ihn lag, jede Woche wegen Noah Fendt und so weiter eine draufgegeben habe. Und er sagt so, hey, solange haben wir dann diese Dinge. Wenn du fünf Catches machst für 40 Yards, machst du neun Punkte. Danke, gute Nacht. Das reicht mir. Weil es eben auch so viele Spiele gibt, wo der tight end zwei Catches für zwölf macht. Das ist einfach diese Position und das ist halt eben diese Krux. Und das stimmt. Einer, ich verurteile ich irgendeinen, der Kelsey holt. Na, voilà. Na, Kito holt das. Aber danach bin ich mir nicht sicher, ob du in der vierten Runde oder in der fünften unbedingt Hawkinson holen willst für 170 Punkte. Oder ob ich da nicht besser dran bin. Letztes Jahr war es so McLaurians und so weiter. Dieses Jahr kriegst du natürlich nicht. Aber ein A-Rob. Every day möchte ich A-Rob da haben. That's it. Sehe ich genauso. Ich glaube auch, warte mal kurz, Ton ist weg. Hat gerade ja geschrieben. Weiß ich nicht. Hört man das? Na, Ton ist da. Arbeitskollege. Okay, wunderbar. Tony, ja, ich sehe das eigentlich ganz genauso. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es schwierig ist, bei den tight ends was vorher zu sagen. Ich würde nur auf die drei gehen. Ich würde gerne immer einen Waller haben. Den nehme ich gern. Ich glaube auch weiterhin eben, weil nicht wirklich was dazukommen ist, dass der genauso diese Sphären halten kann. Und ich ihn allerdings nicht in Runde 1 oder 2 nehmen muss. Das ist so der, auf den ich richtig spitz bin. Aber für alle anderen habe ich in Redraft ehrlich gesagt keine Lust, mich da zu verspekulieren. Vor allem müssen die sich so enorm steigern, dass es einfach wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich ist. Und wir kommen dann auch noch zu der letzten Position. Und zwar Quarterbacks, Baby. Quarterbacks und Stoney. Wie gehen wir mit Quarterbacks? Quarterbacks, Quarterbacks, Quarterbacks. Und wie gehen wir vor allem damit um, Stoney? Die Anzahl der Mobile Quarterbacks gefühlt höher denn je. Der New Breed of Quarterbacks, wie wir sagen, das ist ein mobiler Quarterback. Auch im Redraft ist jetzt die Frage, soll ich da nicht allzu spät dazukreifen? Kann ich spät dazukreifen, weil es so viele sind? Oder weil es doch sich die Spreu vom Weizen trennt, dass ich dann trotzdem schon viel, viel früher hingreifen muss? Und was mache ich, wenn es einen Quarterback-Run gibt? Erstens, meine, meine. Stoney Stones vom Stone Clark Fantasy Football Podcast. Meine Theorie. Wenn ein Run losgeht und ihr seht, Alter, ich bin in einer schlechten Position, dann macht es bei dem Run nicht mit. Ist meine Meinung. Wenn ich dann der Achte bin, ich nehme nicht den neunten Quarterback dann, dann lasse ich gleich aus. Hol mir da irgendwas anderes, was ich auch noch brauchen kann und hol mir dann den Quarterback. Diese Runs sind immer ein bisschen übertrieben. Jeder immer, uh, jetzt gibt es einen Kicker-Run. Na super, Schäfe, dass es einen Kicker-Run gibt. Na, gratuliere, holt sich alle, er hat einen Kicker, na super. Quarterbacks, natürlich, diese Top-Leute, überhaupt im Dynasty. Du musst es wirklich unterscheiden. Jedes Jahr 80 Punkte mehr von meinem Quarterback sind in fünf Jahren 400 Punkte. Das ist eine ganze Saison von einem anderen. Yes, of course, gehen da die ganzen guten Quarterbacks früher und ist auch verständlich. Klickt jetzt den letzten Link, was ich euch reingekommen habe, das war die EDP-Liste vom letzten Jahr. Wenn es euch anschaut, auf 59, also irgendwo in der fünften Runde, wenn ich richtig gerechnet habe, geht Kyler Murray. Kyler Murray. Der super Kyler und ich wollte unbedingt den, weil der ist so gut und der schießt ja urviel und der rennt urviel und der hat einen Rucksack und so weiter. Wenn es euch anschaut, rund um ihn, zwei Plätze drunter, geht von nett, aber es geht zwei Plätze drüber auf 58, der vom Lack angesprochene Waller. Wenn es euch jetzt anschaut, was ich vorher reingekommen habe, die Titans, ich hau es noch einmal rein. Waller, der zweite Titan vom letzten Jahr, macht dir 278 Punkte. Der nächste, dieser Logan Thomas, der sieht dich von dem Football-Teamer, macht dir 100 Punkte weniger. Ja, 100 Punkte. So, und wenn du gehst auf die Quarterbacks dann, was die für Punkte gemacht haben und du schaust da an, Kyler Murray, ja der war urgut, ja, war eh nicht schlecht. Passt eh. Nur, Kyler Murray, Freunde, macht um drei Punkte aufs Jahr, um drei. Mehr als Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, haben sie uns letztes Jahr erklärt, ist over, vorbei, Aaron Rodgers, kannst vergessen. Ryan Tannehill, macht um 40 Punkte weniger. War irgendwo, denn das ist irgendetwas. Justin Herbert nehme ich jetzt raus, weil den hat keiner kannt, ne. Hat jeder immer denkt. Kirk Cousins, ich wollte mit Kirk Cousins nichts zu tun haben. Der macht 50 Punkte aufs Jahrunterschied und geht undrafted. Undrafted. Wird auch wieder so gehen, wird auch wieder so gehen. Es ist einfach so. Und deshalb, genau dasselbe. Ich glaube, es wird ein bisschen zu viel reininterpretiert. Und das nächste, was ist, ein Typ, der letztes Jahr zum Beispiel Tech Prescott genommen hat, der verzichtet ja in der vierten Runde auf ein Talent, was dort rund um er dumm ist. Und Hausnummer nehmen wir jetzt eben. Waller, A-Rob, Kinen Ellen, lauter solche Leute. Der verzichtet drauf, weil er sich sagt, ich möchte diesen Quarterback. Jetzt geht der down in der, was war's, fünfte, sechste Woche. Dem fehlt ja nicht nur die Punkte von dem Quarterback, sondern die, die er nicht aufholen kann, weil er dort keinen Wide Receiver genommen hat. A Kinen Ellen-Punkte kriegst du nie wieder. Das ist genau der Typ, der mitten unter der Saison für solche Leute wie Justin Herbert traden muss und natürlich teuer zahlt, genauso wie eben diese ganzen Leute, die so billig bekommen aus dem Waiver, die da dann irgendeiner scheiße viel Gold verkauft. Das ist halt dann einfach so. Und ich glaube nicht, dass ihr in dieser Situation sein wollt. Deshalb denkt ein bisschen drüber nach, überhaupt jetzt, wo der Lack sagt, es haben so viele jetzt Reifen unter dem Arsch, dann nehme ich lieber so an, bevor ich da da reingreife und muss man, ja, in der dritten Runde Ellen holen. Für was? Ich bin vollkommen mit dir. Ich glaube auch, dass wir über viele, dass auch da, es sind ein paar, ich finde mit Donald und Wentz gibt es zwei, die komplett vergessen werden, die allerdings in ganz neuen Situationen sein können. Und auch wieder ein Comeback feiern können, die vielleicht auch dann eben solche sind, die auch ein Top-10-Finish vielleicht haben. Who knows? Aber ich glaube eben nicht, dass es notwendig ist, sich unbedingt gleiche in Redraft wohlgemerkt. Unbedingt, ich muss keine Murray in 104 nehmen. Ich muss ihn, nein, musst du glaube ich nicht. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass Watson sehr, sehr spät gehen wird. Und wir werden sehen, was da passiert. Aber es ist auf jeden Fall so oder so eine interessante Position. Aber ich glaube, dass hier der Trend eben nicht in Richtung geht, hey, wir werden alle noch weiterhin hochpicken. Eines noch, vielleicht auch zu den Tyrants, auch vorher gesagt, weil Leute sagen, wir sollen am liebsten ohne Tyrant spielen oder sonst was. Spielt es, wie ihr wollt. Spielt es, wie ihr wollt. Weil, Stoni, es gibt nicht den falschen Weg, Fantasy zu spielen. Das ist eindeutig, oder? Es gibt nicht den falschen Weg, Fantasy zu spielen. Und auch, was ich jetzt einfach gesagt habe, das ist das, so wie es ich interpretiere. Ich finde es lebernd, jetzt wieder, Herr Brummer ist wieder da, Brummi, wieder im Chat. Und er hat es gestern, wo ich was twittert habe, hat es ganz eiskalt drunter geschrieben. Und das stimmt, Gott sei Dank gibt es auch Leute, die anders analysieren. Und es gibt wahrscheinlich einer, der findet genau das, warum ich jetzt am Plätzen geredet habe. Aber das ist Fantasy. Deshalb, es gibt keinen richtigen Weg und es gibt keine richtige Art zu spielen. Spielt so, dass euch und euren Freunden, Buddies, halt Garde macht. Und das halt dran bleibt. Genau so ist es. Das heißt, was nochmal zusammengefasst. Wir glauben, dass der Rookie-Hype weitergehen wird. Aber wir fahnen davor. Es wird wahrscheinlich weitergehen. Wir glauben, dass so viele Running Backs wie möglich gepickt werden. Dass die ersten 5, 6 gepickt, dass es überall Running Backs sein werden. In Redraft ist, glaube ich, überhaupt keine Frage. Das wird auch weiterhin genauso durchgehen. Bei den Titans haben wir gesagt, don't reach for another. Aber vor, obwohl ich glaube, dass der Trend sich weiterziehen wird, don't. Ich glaube, die werden, Pits wird sehr, 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 sehr früh gehen. Da werden sehr viele Vorschau-Slow werden bekommen. Und bei den Quarterbacks, ja, werden wir sehen. Da würde ich auch gerne mal ein paar Mock-Drafts sehen. Auch im Redraft. In Dynasty gingen die schon sehr, sehr früh's Ton. Ich war bei Dynasty, hast du gesagt, ist das was anderes. Weil es ist ein Unterschied, ob ich ein ganzes Leben lang mich an Mahomes kette oder nicht. Das verstehe ich. Genau. Wenn du über 5, 6 Jahre redest, sind natürlich 50 Punkte. Ist ein Wahnsinn. Aber im Redraft für eine Saison, bitte. Da habe ich lieber einen White Race über den 100 Punkte mehr macht. Ah, E-Mail, E-Mail, Senders. Wenn das mal ein White Race über 2 ist, habe ich ein Problem. Im Gegensatz zu Adam Seelen oder solche Sachen. Dann wird es ein bisschen traurig. Es gibt nichts Schöneres, wenn du sagst Adam Seelen, Stoney. Damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Show. Wir danken vielmals für die Aufmerksamkeit, lieber Podcast-Hörer und lieber Redraft-Seher. Denn an alle, die jetzt noch da bleiben, ihr solltet auch unbedingt da bleiben und dranbleiben. Denn wir schauen jetzt gleich in alle Live-Drafts rein. Der Stoney ist on the clock, Stoney. Und auch ich bin on the clock. Ich bin gleichzeitig on the clock. Ein Wahnsinn. Und das bedeutet, ich habe auch Redraft-Seher. Der gute alte Real-Life-Seher. Herr Stoney, ich hole mir jetzt gleich einen Spritzer, weil das ist ja Wahnsinn. Ich muss mir auch kurz was zum Drücken holen. Aber danke für's Einschalten. Achso, Entschuldigung. Bitte, nein, du bist dran. Nein, mach du. Pass auf. Du moderierst ab und ich hole mir dabei einen Spritzer. Danach komme ich zurück und dann holst du dir einen Spritzer. Mach mal so. Passt. Passt, let's go. Also, danke für's Einschalten. Live natürlich, egal wo. YouTube und Twitch und Facebook und so weiter. Aber auch danke dir, Jogger, Chiller und so weiter, der das im Real-Life hört. Hey, live, dass uns supportet. Bis nächste Woche Montag. Wissen wir noch gar nicht so das Thema. Das kommt am Donnerstag, kommt der neue Kalender. Bevor der Herr Brummer wieder sagt, ich will den Kalender sehen. Kommt am Donnerstag. Bleibt's cool. Bis nächste Woche. Peace. Werner Brummer. Wissen. Vielen Dank.